Mund zu, hast du wohl gesagt. Ich hab was wäre, wenn ich mitspiele. Ja, dann halt nicht. Roxana lässt fragen, ob ihr beiden auch noch mitspielen wollt. Warte. Genau. Denn auch Steffen. Paolo muss auch ein Testapontor benutzen. Ach, wegen Controller. Ja, wegen Wieso. Oder funktioniert der ja letztens der Blaue? Ja. Dann nicht. Paolo, du kannst für mich spielen. Hab dich nicht gehört, du machst eine Ohren-Peace-Pause. Und irgendjemand hier? Ich nenne, wenn du das nicht jungen spielst. Einer mag Lügner. Mama, schau mal, wo ich bin. Steck dir dein Ohren-Peace doch in den Popo. Ja. Alles so lieb so einander heute. Ja, danke. Aber... Wer ist auch zwei da? Ja, da ist er lieber als alle anderen. Dani ist auch noch lieb. Dankeschön. Wenn er heute, ähm... Das täuscht, das täuscht. ...mit, ähm, erfolgreich spielt, dann ist er lieb. Okay, dann spiel ich jetzt gleich gut, Frau Gab. Das heißt, da brauchen wir die Leitung gar nicht mehr anzunehmen. Ja? Weil dann machen wir Kassenlobby auf. Mama, machst du Kassenlobby auf? Ach, Dschungeljump, da kann ich die 50 machen. Dann hab ich jetzt 3 von 5. Hä? Ha? Ha? Was dann? Oh, Mann. Ja, toll. Ja, toll. Inside is eben... Hey, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich darf dich nicht stehen bleiben. Nein, du darfst versuchen. Du sollst was ja lernen. 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 Ähm. Das war zu weit. Kann Daniel auch zu deinem Geburtstag kommen? Cap? Das hab ich doch ewig schon gefragt. Cap? Finja! Konzentrier dich! Na? Das ist aber wichtiger. Ja, dass du jetzt mal hier vorankommst. Die Laberei kannst du noch ohne machen. Ich hab's doch eh fertig. Ist doch scheißegal, wir spielen doch noch oder nicht? Scheißegal. Lukas, dann mach eh ins Bett. Steffen kann noch nicht mal das Königsmarkt wie heute. Ja, dann hat doch Paula Kontroller. Ja. Aber Ende des Monats oder so? Kann ich jetzt... Oder soll ich schon gucken in einem Kontroller? Nein, ich guck, wenn ich meinen anderen... Was ist denn mit dem Kumpel, wo du hast? Wollst du auch einen Tag später fragen? Mama, darf ich jetzt probieren? Ja, aber dann mal hol halt einfach immer. So. Oder ich wünsche mir einen Schwanzroller zum Geburtstag. Ja. Dann kann Paula trotzdem nicht jetzt mit spielen. Da dauert aber länger. 50. 100 Prozent. Ja, Reifenrutsche habe ich auch nicht gesagt. Speedrutsche. Weil ich hier immer. Was ist jetzt sehr schön? Ja. Spielt sie? Die kann dann auch mal meine Kopfhörer anziehen. Deine? Ja, meine. Die von jedem benutzt keine. Außer von mir. Ja. Ja. Wurde sie auch nicht. Hä? Wurde sie auch schon selten. Das wir sagen nicht, ja. Ich benutze die ja nicht. Paula hat eigene, ja. Mama. Ich schreibe dann am Mittwoch eine Mathearbeit. Ja, dann weißt du, was du mit Kloten hast. Hm. Ich wollte vielleicht, wenn Melissa morgen hier steht, mit dir schon mal üben. Mama, Frau Becker kommen nie wieder wieder. Nie wieder wieder. Ich möchte was anderes arbeiten. Aha. Ja. Hat Frau Müller... Ich wusste das schon längst, dass Frau Müller irgendwas in den Busch hatte. Dann Schilde führt. Oder wieder zu Hause. Oh. Ich glaub den Buddy darf ich nie draußen anziehen. Wir haben fast heute alle geweint, dass die nicht mal wiederkommen. Hallo, das ist meine Fass. Also, die kenn ich schon lange. Seit... Oh. Ja, ich hab den letzten gemacht. Wie viel hab ich? Roxana, er hat 30. Ich bin 35. Richtig. Und an der Seite steht das. Ja, ganz wichtig. Und an der Seite steht das. Sie ist 2,7 Punkte. Sie ist 2,7 Punkte. 27 Punkte. Daniel spielt scheiß auch mit. Hab ihn angebettet. Angebettet. Und du gehst ins Bett. Ja. Ach mein Kind, das tut mir so leid. Was? Darf er denn nicht mitspielen? Na doch, Daniel darf mitspielen, aber du kannst ins Bett. Ja. Ja. Hast du das jetzt gehört? Nein. Mach da ja. Hör mal. Wenn du zum Geburtstag kommst. Wer? Ja du. Oh. Ich komm zu meinem Geburtstag. Mama, ich will aber auch. Mama, ich kann nicht zu meinem eigenen Geburtstag nennen. Nein. Ich hab dich eingeladen. Hör mal. Es kommt bestimmt noch mal ein Tag, wo Daniel auch voll geil spielt. Hä, was hab ich jetzt damit zu tun? Morgen. Ich hab gesagt, da läd ich mich aus. Ich schmeiß mich aus meiner eigene Wohnung. Ja. Wie sieht es dann bei Steffen aus? Äh, kennst du mich heute wieder? Ende des Monats, Anfang Februar. 28. oder 4. oder 2. da feier ich. Lust noch dort hinzufahren? Du kennst den Weg. Du wäschst um mein Haus rum. Du kennst die Couch. Und Roxana komm auch. Hä, eventuell, genau. Hörgacher. Also, sie überlehrt sich ernsthaft. boy Иван Gherlichgj restaurantbursche, bin ich aber nicht mehr? Äh, halb 4. Psch. Rapsana, ich sehh teraz einer. Ich beobachte nicht Roxana. Ich spiele doch. Und der Random hängt am Ballg und röse. Besser als am G Getting. Kann man nicht hin. Nein! Verpflegte Scheißen! Alter! Echt jetzt? Oh ja! Echt jetzt? Oh ja! Ernst? Das ist auch voll langsam! Ich krieg das hin ganz locker. Ich falle sogar in der Sprung drin sein. Ich muss das wieder holen. Ich muss das wieder holen. Ich muss das wieder holen. Das stimmt auch. Haben wir ein Profi hier drin? Ich bin der Letzte! Jetzt können wir die 10 Sekunde auch noch warten. Nein, das ist nicht der Letzte. Da war noch einer. Nein, der ist gerade runtergefallen. Hm. Gar kein Problem. Haben wir jetzt einfach gewonnen, es war keiner mit da. Wer macht Horst? Ich nicht. Ähm, Cap. Nein, Daniel, Daniel. Wie nennst du ihr Haus? Ja, das ist ja auch so schwer zwischen Beitritt und ... Kann Daniel dies mal? Alter, mach doch! Ja, Steffen, dann mach du! Hast du das noch nie gemacht, um noch Jungfrau? Ja. Hier ist ein Kind, ja? Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein Kind, ja? Hallo, hallo, hallo. Immer noch mehr Jungfrau. Wer ist denn da in der Mitte? Der Link ist vorbei. 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 Nein, blau, geh an der Hand. Ich auch. Oh, jetzt hätte ich jetzt alles kriegen. Und den rein. Hey, Dominik Stein. Boah, geil! Oh nein, da steht einer. Ich hab mich schon gefreut. Gehst du da hin? Finja, warte doch mal. Nein, wo ist? Du musst schon die Kamera drinnen und siehst mich. Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ich bin mein Yellow. Yay, wir haben mein Tor. Och ne, vollgebeigesprungen. Niemand redet. Okay, da steht einer. Wo ist der Ball? Scheiße. Fuck. Wo will der hin? Oh, Leute. Och ne, nicht die Bananen. Die einzige Banane, die ich nicht mag. Och, Alter, die sind doch zu dumm, für Scheiße. Was soll ich da machen? Okay, die sind doch echt dumm. Was soll ich... Beleidung?